yo leute was geht kaiser gaming hier wir stehen vor malenia gett in der freundes ich habe die oft probiert und ich bin level 142 gerade war ich noch 140 gewesen vor dem kampf habe eigentlich auch hier datenschuppenklinge 10 das auf 23 mein katana radans rüstung 4 talismäner habt ihr nicht geschafft dann einfach 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 einen trick gemacht wenn ihr hier unten seid macht einfach die krumpfiger medizin an wo haben wir die hier macht ihr einfach an ich glaube jetzt sehen wir aber keine mehr war hier waren 5 6 7 8 zeichen dann holt ihr euch zwei leute einfach rein in den kampf und dann könnt ihr malenia ganz einfach besiegen es geht auf jeden fall solo auch aber ich habe einfach die geduld verloren und ja auf jeden fall ich sage euch jetzt wie wir die besiegt haben zu dritt das war nicht wirklich easy na gut ich bin einmal fast gestorben aber lasst euch überraschen viel spaß mit dem video um Das war's für heute. 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 Das war's für heute.